So, wir fahren hier wieder zurück. Zorgsack. Das ist ein Bejadloch. Was sind hier? wenn man so schneller geht aber eigentlich müsste er zum anderen Weg sehen wir dann warum sie rauskommt nämlich ja, Minus haben wir jetzt wieder ein bisschen dann haben wir jetzt wieder alles zahlt das wird es schon wieder werden jetzt fahren wir mal so rein beim Anhänger es hat übrigens nicht geklappt im selber abladen das habe ich jetzt vergessen zu sagen war ich so angevergessen dass ich das nämlich außerhalb des Videos alles wieder gelöscht habe den ganzen Wegpunkt und ein bisschen am Pfusch gemacht aber gut die Hütte wird voll ganz leicht hinaus ganz leicht hinaus ganz leicht ganz leicht ganz leicht Gut, die 3% gehen da nicht raus. So. Nein. So, kurz mit Empfang haben wir geschrieben, der baut ja Geld. Ja, da ist alles weg. Den einen haben wir jetzt da noch. Den haben wir hier auch gleich gemacht. Das ist einfach ganz einfach. Rechnungen. Gehen. 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 Okay. Jetzt können wir mal überlegen. Das heißt, sieben haben wir dann, sieben haben wir jetzt. Was, das steht auch noch da. 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 Das schon. Ja, ja schon. Jetzt geht sie nicht aus mit der Kuh. Das schon. Das ist eine kleine Kuhl-Kuhl-Kuhl-Kuhl. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So sollte man eigentlich auch hinkommen und an die Chute wie jetzt auch eigentlich ausüben Untertitelung des ZDF, 2020 So, fahren wir da richtig? Glauben wir schon, oder? Hopp. Wolle ich eigentlich nicht. Ich war doch noch beim 10er unterwegs. Dann machen wir das erst fertig, natürlich. Dann machen wir das. 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 Dann fahren wir das. Dann machen wir das. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020